Das kaputte Knie Gottes Dennis und ich trafen uns oft in der Eisdiele am Anfang der Bochumer Fußgängerzone. Direkt gegenüber dem Hauptbahnhof, mit den Aluminiumstühlen vor der Tür und der scheußlichen Volkshochschulkurs Kunst an den Wänden. Erik, ein ehemaliger Klassenkamerad, kellnerte dort. Er spielte Bassgitarre in verschiedenen Punkrockbands, die alle noch keinen Tonträger veröffentlicht hatten, und spendierte uns regelmäßig zwei große Becher Spaghetti-Eis. Erik hielt sich für eine Art Universalgenie, für einen Leonardo da Vinci des Pop-Pots, wie er das Ruhrgebiet oft nannte. Im Eigenverlag hatte er zwei kopierte Bände mit autobiografischen Gedichten veröffentlicht, in Zeilen zerhackte Prosa, der süße Duft der Onanie und Hunde, die bellen, scheißen nicht. Erik zeichnete Kugelschreiber-Monster auf Rechenkästchen Papier, fotografierte Tierkadaver in Industrieruinen, drehte mit seiner gesichtstätowierten Freundin Splatter-Kurzfilme und machte Aktionskunst im Geiste einer amerikanischen Fernsehshow, in der sich Stuntmänner mit Elektroschockpistolen beschossen, auf Dreirädern Abhänge runterjagten oder mit Taucheranzügen in Jauchebecken sprangen. Zu Karneval hatte er sich einmal als SS-Mann verkleidet und war Rosenmontag so durch die Düsseldorfer Innenstadt gelaufen. Bon Scott und Angus Young haben ihn wahrscheinlich mehr geprägt als seine Eltern. Eriks Hauptwerk bestand darin, in allen McDonalds-Filialen, die er besuchte, jeweils ein Plastiktablett in den dortigen Mülleimer zu versenken. Über 120 Servierbretter waren so bereits durch seine Hände auf die Abfallberge gelangt. Erik protokollierte jede Entsorgung in einem eigens dafür angeschafften Notizbuch mit einem grinsenden Pferdekopf auf dem Cover. Immer wieder ließ ich mich in alberne, nervtötende Diskussionen mit ihm verwickeln. »Mark«, rief er dann und schlug seine Faust an die Brust. »Wenn mich meine Enkel eines Tages fragen werden, was ich seinerzeit gegen die sich ausbreitende Essdiktatur unternommen habe, dann stehe ich auf und verkünde stolz, ich habe damals ein Zeichen gesetzt und in allen deutschen McDonalds-Läden ein Tablett in den Müll geschmissen. Das nenne ich wahrhaft passiven Widerstand. Solche Aktionen erfordern mehr Zivilcourage als das Schreiben eines Romans. Ja, wären die Menschen in der Weimarer Republik so entschlossen und mutig gewesen wie ich, dann hätte es Hitler und die NS-Diktatur nie gegeben.« Dennis hatte Spaß an unseren Auseinandersetzungen und goss gern Öl ins Feuer. »Auch die Presse hat schon mehrfach über Eriks Artistik berichtet«, sagte er etwa. »Vielleicht ist die Bildhauerei ja längst untergegangen. Über meine Arbeit hat jedenfalls noch niemand eine Zeile geschrieben. Und über deine auch nicht.« »Wir«, rief Erik, »Performance Rules«, »Rules are for Fools«, zischte ich zurück. Ich hatte noch nie Vergnügen bei Jux Debatten empfunden. Dafür rege ich mich viel zu leicht auf. Allein darin, dass wir drei keinen finanziellen Erlös aus unserem kreativen Schaffen erzielten, waren wir uns lange Zeit ähnlich. Zwar hatte Dennis schon mehrere Anläufe unternommen, Kunsthändler in Düsseldorf und Köln für seine Arbeiten zu begeistern, aber alle Galeristen reagierten beim Stichwort Bildhauerei zögernd und zurückhaltend. Und sobald Dennis erwähnte, dass seine Skulpturen überdies äußerst groß und schwer und aus Beton seien, winkten sie erschrocken ab. Interesse bestünde überhaupt nur an kleinen, leichten Skulpturen für den Schreibtisch oder die Fensterbank. »Nur ganz wenige Galerien stellen überhaupt Skulpturen aus«, seufzte Dennis. »Und die Größeren sehen alle aus wie die Außerirdischen in Krieg der Welten. Dicke Kugeln auf langen, dünnen Stelzen, es könnten auch Deckenfluter sein.« Die Idee, die vieles verändern sollte, stammte ausgerechnet von Erik. »Dennis, hast du schon mal überlegt, in einem Stadtmagazin zu inserieren?« begrüßte er uns eines Nachmittags und stellte zwei Eisbecher auf unserem Tisch ab. »Du könntest doch eine Kunstkontaktanzeige aufgeben. Das ist gar nicht teuer.« »Eine Kunstkontaktanzeige?«, wiederholte ich Eriks Worte und verdrehte dabei die Augen. »In einem Stadtmagazin?« »Klaro«, antwortete Erik. »Betonfuß abzugeben. Käufer gesucht.« »Darauf melden sich bestimmt ein paar Leute. So bin ich auch meinen Futon losgeworden.« Zwei alte Damen winkten Erik herbei. Sie wollten zahlen. Erik lief zu ihnen. Ich sah, wie es in Dennis' Kopf arbeitete. Mehrere Minuten lang war er nicht ansprechbar. Dann war die Entscheidung getroffen. »Probieren geht überstudieren. Ich mach es.« Trotz meiner Skepsis half ich mit, den Anzeigentext zu formulieren, der zwei Wochen später im Kleinanzeigenmarkt vom Kulibri erschien. Kunstinteressiert? Junger Bildhauer verkauft kostengünstige, monumentale, realistische Skulpturen. Arme, Beine, sonstige Gliedmaßen. Auch Auftragsarbeiten. Telefon 02327 87939. Nach dem Erscheinen der Anzeige war Dennis furchtbar aufgeregt. Er konnte weder schlafen noch essen und schwitzte alle zwei Stunden ein Hemd durch. Dennis nahm eine zweiwöchige unbezahlte Auszeit in der Geflügelfabrik, wo er sich seinen Lebensunterhalt verdiente, und verließ seine Wohnung nur noch, um mit seinen beiden Hunden Lucky und Dog Gassi zu gehen. Die Runden wurden von Tag zu Tag kürzer. Dennis starrte unentwegt auf das Telefon, lief alle fünf Minuten zum Apparat und überzeugte sich, dass der Hörer ordnungsgemäß auf der Gabel ruhte. Wenn ich Dennis in dieser Zeit anrief, meldete er sich mit kräftiger, felsenfester Stimme. Doch sobald ich etwas sagte und mich zu erkennen gab, fiel seine Stimme in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Nie habe ich später eine größere Enttäuschung auf die Entdeckung meiner Person erfahren. Bevor Dennis wieder anfing, in der Fabrik zu arbeiten, bat er mich, ihm meinen Anrufbeantworter auszuleihen und in seiner Wohnung einzurichten. Als ich den Anrufbeantworter nach ein paar Wochen zurückbekam, befand sich nur eine Nachricht darauf. Hallo, Dennis? Bist du das? Wie geht es dir? Hier ist Mama. Im Hintergrund hörte man Dennis' Vater rufen, Leg auf, Rosi! Klack. Wäre Dennis in einer anderen Familie aufgewachsen, wäre er in allem gewiss viel sicherer gewesen. Ansonsten rief niemand an. Inzwischen waren schon zwei weitere Kulibri-Ausgaben erschienen und Dennis hatte das Geld für die Anzeige längst in der Gehirnschublade ärgerliche Ausgaben inklusive Lotto verbucht. Als doch noch das Telefon läutete. Kirch da? Ja, Sommer! meldete sich eine herbe Männerstimme mit derbem Ruhrpott-Akzent. Bist du der Bildhauer mit der Anzeige? Die Stimme war Dennis unbekannt. Hallo? Bist du noch dran? Hm? Dennis war verschnupft und reagierte deshalb noch langsamer als sonst. Also bist du nur der Bildhauer mit der Anzeige? Die Anzeige in Kulibri? Nee, die aus Happy Weekend, Tittenficker gesucht, antwortete der Mann. Natürlich meine ich die Anzeige aus Kulibri. Also was ist? Ja, das bin ich. Hammer! Der Mann erklärte, dass er an einer Skulptur interessiert sei und sich deshalb Dennis' Arbeiten gern anschauen würde. Dennis nannte ihm seine Adresse und die beiden verabredeten noch für denselben Nachmittag ein Treffen. Anschließend rief Dennis mich an und bat mich sogleich zu ihm zu kommen. Die Sache erschien ihm irgendwie unheimlich. Ich hatte noch die Jacke an und war gerade erst von einem Bücherstreifzug aus der Stadt zurückgekehrt. Bestimmt zwei Stunden lang hatte ich zahllose Bücherkisten im Übü-Antiquariat durchstöbert. Zwar eine fruchtlose Arbeit, die Bücher waren entweder vergammelt oder viel zu teuer. Trotzdem machte ich mich sogleich auf den Weg und fuhr nach Wattenscheid. Kurz nach meiner Ankunft klingelte es an Dennis' Tür. Dennis hatte mich gewarnt, aber trotz seiner schillernden Beschreibung erwartete ich einen schrulligen, jedoch tadellos gekleideten blaublütigen Herrn im Dreiteiler mit Einstecktuch, Perlmuttmanschettenknöpfen und Schmiss. Doch stattdessen stampfte ein kleiner, stämmiger, stark verschwitzter Kerl im mausgrauen Overall mit Halbglatze und Bierfahne in den Raum. »Hi, sorry dat mit dem Dress«, begrüßte er uns, »aber komm grad erst von der Baustelle. Drüben an der Herrner Straße haben da nen Altbauer Vordermann zu bringen. Wo kann ich mal schiffen?« Lucky und Doc, die mich zur Begrüßung mit gefletschten Zähnen angefallen hatten, versteckten sich hinter dem Gottesknie und gaben keinen Mucks von sich. Starr wie ein Playmobil-Männchen zeigte Dennis auf die Klotür, hinter der der Mann verschwand. Wir schauten uns entsetzt an. Aus der Toilette drang ein extrem in die Länge gezogenes, vokalfreies Stöhnen. Die Klotür öffnete sich wieder. Der Mann lief zum Fenster, nahm mit einem Hüpfer auf der Fensterbank Platz und zündete sich eine Zigarette an. »Möchten Sie vielleicht etwas trinken?«, fragte Dennis. »Ich könnte uns einen Tee machen. Grün oder schwarz?« »Danke, hab selber«, antwortete der Mann, zog einen Flachmann aus der Hosentasche und nahm einen tiefen Schluck. »Bah, tut das gut. Was ist mit dir los?«, fragte er Dennis. »Bist ja ganz rot um die Nase.« »Ich bin erkältet«, erklärte Dennis. »Sie wissen ja, hier ist das ganze Jahr Stupfwetter.« »Muss sofort zu lecken«, antwortete der Mann. »Hilft immer.« Obwohl mir meine Großmutter viele Hausrezepte mit auf den Lebensweg gegeben hatte, war mir dieser Ratschlag neu. »Ich bin der Jupp«, sagte der Mann. »Äh, hallo Jupp. Ich heiße Dennis und das hier ist mein Freund Mark. Er ist Schriftsteller.« Ich streckte Jupp die Hand hin, doch er ignorierte sie. »Seid ihr zwei Schwuletten?«, fragte Jupp. »Ich nicht«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen. »Ich auch nicht«, fügte Dennis hinzu. Jupp sah nicht so aus, als ob er unseren Worten Glauben schenkte. »Drauf geschissen«, erklärte er. »Und das hier ist die Kunst?« Eines seiner baumelnden Beine tippte gegen das Gottesknie. »Genau«, sagte Dennis. Zwei Skulpturen befanden sich zu jener Zeit in Dennis' Wohnung. Zum einen das kaputte Knie Gottes, zum anderen seine neue, soeben vollendete Arbeit »Rücken mit Muttermal«. Darin verarbeitete Dennis seine Trennung von Lilly. Dennis hatte mir erklärt, dass das Wort »Muttermal« aus dem Mittelalter stamme und man seinerzeit annahm, die Male seien auf die unbefriedigten Gelüste von Schwangeren zurückzuführen. Dennis las wenig, besaß auch keinen Computer und verblüffte mich trotzdem immer wieder mit seinem entlegenen Wissen. »Er schaue einfach nur die richtigen Fernsehsendungen«, behauptete er dann. Jupp schien sich von Anfang an nur für das kaputte Knie Gottes zu interessieren. »Junge, das Teil gefällt mir. Sieht spitze aus, echt«, lobte Jupp die Arbeit. »Weiße Bildhauerei ist ja die Königsdisziplin der Günste. Bei allem anderen kannst du tricksen, nur nicht bei einer Skulptur. Die packst du an und weißt sofort, Mann, das ist ein Arsch oder nicht.« Dennis und ich nickten. »Ich baue gerade den Hobbykeller aus«, erzählte Jupp. »Und ich will da eine Statue reinstellen. Nichts Abstraktes, das kann ja jeder. Ne, was richtig Tolles, Realistisches. Aber keine Schaufensterpuppen von Hansen.« »Wirklich?« Dennis lächelte. »Dann bietet sich diese Arbeit tatsächlich an«, sagte er. »Übrigens spielt sie auf Thomas von Aquin an.« »Ach, ne. Auf die Gottesbeweise«, antwortete Jupp. »Verstehe. Bin ja eigentlich evangelisch, aber Tommy ist ein toften Kerl, ne?« Dennis taute langsam auf, und zwischen den beiden entwickelte sich ein anregendes Gespräch. Die meisten Leute, mit denen man sich über Bildhauerei unterhält, kennen ja gerade mal die Freiheitsstatue in New York. Jupp aber schien mit den Werken der bedeutendsten Bildhauer seit der Antike aufgewachsen zu sein. Sein Kunstsinn und seine Urteile beeindruckten mich. Ich hatte ihn vollkommen falsch eingeschätzt. »Guck mal, der Duchamps, ne, hat doch alles ins Chaos gebracht«, erzählte er. »Jeder Kerl, der einen Meißel halten konnte, kloppte auf einmal auf Steinen rum, und in den Museen steht er an zu Plunder. Ne, für mich muss Kunst Natur widerspiegeln. Ich mach Formen, die ich anfassen kann, ne? Wenn meine Köppel an dem Knie hochkrabbeln, dann darf es nicht umfallen. Das Ding gefällt mir. Kannst ja nix gehen sagen. Wenn du ein Knie meißelst, dann muss es auch aussehen wie ein Knie. Und das tut es.« »Dankeschön«, antwortete Dennis verlegen. »Ich hab auch lange daran gearbeitet.« »Weißt du Bescheid«, sagte Jupp. »Das meiste ist doch heutzutage Murks und Kappes. Clodell war die letzte Kanone ihres Fachs. Hätte sie dem Rundeng nicht ständig am Pimmel rumgelutscht, wär sie richtig groß rausgekommen. Dafür war doch der Rilke zuständig. Schon mal was von Clodells Bruder gelesen?« Jupp zeigte mit dem Finger auf mich. »Nein, leider nicht«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Fehler! Solltest du dir mal reinziehen«, meinte Jupp. »Der seidene Schuh ist Monsterbuch.« Dann wandte sich Jupp wieder Dennis zu. »Sag mal, was soll der Teil denn kosten?« Ich sah es ihm an. Dennis stand kurz davor, Jupp das Knie zu schenken. Noch nie hatte er sich Gedanken über Preise gemacht. Es war bislang auch ein vollkommen überflüssiger Gedanke gewesen. »Weißt du was?«, sagte Jupp. »Ich geb dir zweitausend Kröten und die Sache ist gebombt.« »Zweitausend Kröten!« Mit einem Mal schien alles Blut aus Dennis' Kopf gewichen zu sein. »Zweitausend Kröten!« »Für diese Summe hätte Dennis ihm ein maßstabgetreues Abbild des Hermann-Denkmals gemeißelt.« Sprachlos willigte Dennis ein. »Kunst verstehen heißt sie kaufen«, lachte Jupp und zwinkerte mir zu. Er zog ein Bündel mit Geldscheinen aus der Hosentasche, zählte die Summe ab und drückte Dennis die Scheine in die Hand. Anschließend zeigte er uns Fotos von seiner Familie und dem Hobbykeller. Ursprünglich wollte Jupp auch Bildhauer werden, doch nach der mittleren Reife hatte er sich für den richtigen Bau entschieden. Nachdem Jupps Schnapsvorrat aufgebraucht war, ging er. Am nächsten Tag wollte er mit einem Kollegen vorbeikommen und die Skulptur abholen. Pünktlich wie die Maurer trafen sie bei Dennis ein. Jupps Kollege war Pole und interessierte sich brennend für die Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit. Trotzdem kaufte er Dennis den Rücken mit Muttermal ab. Mühelos wuchteten wir die Skulpturen auf den Hänger. Jupp und sein Kollege stiegen in den Wagen und fuhren davon. Das Geld war wirklich echt. Noch eine ganze Weile schauten wir ihnen nach. Alles schien so traumhaft. Das Geld war wirklich sehr. Vielen Dank.